Nö, nö. Hey. Ah. Na, ihr luschen? Aber die Hayley, die macht mit der Kamera. Oh, die steht neben Alex. Ich werd eifersüchtig, Mann. Ich will den selten im grünen Wappel sehen. Also irgendwas kann man nur wohl sehen. Ich habe schon einen in der Ferne leuchten sehen. Achso, hier kann man das Kerzenboot losschicken. Ich spreche mal nicht mit dem Kapitän. Oh, er ist weg. Vor allem lass deinen Blick über diese endlose See schweifen. Geil, dass ich da unten die Kante hab, ne? Ja. Mit wem soll ich nicht sprechen? Neben dem Bürgermeister. Ich weiß nicht, ob es dann losgeht. Wobei, eigentlich hat der ja eh immer gefragt, ne? Nochmal, möchtest du? Oh, da oben steht noch einer. Äh, stehen noch mehr hier oben. Bam. Mondlichtquallen. Ich frage mich, wie die schmecken. Ja. Genau. Das stimmt eigentlich. Oh, hier unten rechts auch noch, weil ich der George natürlich wieder abseits. Unten, wo der Emo ist, der GAP, davor hab ich das Ding reingeworfen ins Wasser. Achso. Aber das weg. Wahrscheinlich muss ich warten, bis das Event vorbei ist. Denke ich auch. Oh, hier hinten war noch welcher am Strand. Achja. Oh, wie romantisch. Boah, sind ja auch sau viele noch. Sind ja alle da. Psst, komm morgen auf jeden Fall beim Laden vorbei, um deine Herbst. Saat. Oh, ein guter Tipp, ne? Neuer. Ja, das ist kein guter Tipp. Das hätt ich sowieso gemacht. Was? Die Kärten sind so romantisch. Nicht. Ja, du Oma kommst mit Geschichten von früher. Was, warum schaust du mich so an? Denkst du, ich bin zu alt, um so etwas zu genießen? Ja, eigentlich schon, ne? Weiß ich ja nicht. Eigentlich nicht. Wenn's deinem Knie wieder besser geht. Oh, der... Und der Penner, der will da hinten stehen. Keinen belästigen, weißt du? Ganz oben ist auch noch einer versteckt. Ah, ich hab jetzt kein... Ich musste leider mal checken, wo die Lea ist. Kann sein, dass die hier unten ist. Unten ist nur einer. Ich hab jetzt vergessen zu sehen, wie die heißt. Boah, da hinten ist ja echt noch einer versteckt. Ja. Der Zauberer, oh. Ich dachte, das wäre ein gutes Versteck. Haha. Er ist immer da. Wow, was für ein Versteck. Alter, was geht auf meinem Handy ab? Ich hasse das. Ganz unten war auch noch jemand. Ich muss noch mal durchgucken. Ob ich die jetzt erkenne? Ah, das könnte doch sein hier. Oh, jetzt kann ich die nicht mal anquatschen. Okay, dann... Let's a go. Aha. Achso, hast schon angequatscht. Soll ich das Boot losschicken, ja? Warte. Ja. Könnte so'n geiles... Komm. Das war's. Ja. Hä? Jetzt. Siehst... Siehst du was? Achso, jetzt. Ich dachte schon, das ist verpackt. Was läuft die denn da rum? Echt mal. Halt still, zappel Philipp. Ah da, jetzt sieht man die. Wow. Ich will meine Angel rauswerfen. Genau, direkt. Ich hab einen. Haha. Vor allem der eine wollte wissen, wie die schmecken, ne? Ja. Boah, das ist für mich so eklig. Ah, ich meine... Meine Dingens ist noch drin. 4GLP ist noch drin. Ah. Romantisch. Ja, und ich hab da keine Alter am Start. Haha. Ach guck mal, Babyquallen. Wie süß. Oh, da ist das Grüne. Siehst du das? Das, was der eine gesagt hat. Hä? Wo? Unten. Unter dir direkt. Ach, da. Eigentlich so Sachen anklicken jetzt hier. Ich hab's gesehen. 1, 2, ich hab alle gezählt. Vor allem die eine hat's gesagt. Ja, so Qualen haben ich's da voll easy. Einfach mit den Wellen treiben lassen. Ja, das war die Penny, ja. Ja, irgendwie schon lustig. Aber die zieht's ja schon immer in gewisse Gewässer trotzdem hinein, ne? Ja, aber trotzdem machen die ja nicht bewusst. Naja, instinktiv. Also, wenn die eine gewisse Temperatur haben wollen, zieht's die instinktiv dahin, glaube ich. Ja, leuchtendes Sommer. Es kommt der Herbst. Ernte Dankfesten. So nen Scheiß. Get lost. Na toll. Können wir gleich ins Bett gehen. Ja. Dann muss ich nochmal zum Gunther. Dann hab ich noch ne Geode. Woll ich noch das Ding aus dem Wasser holen. Viel zu tun. Wollst du, partmäßig würdest du erst mal schauen, oder wie? Aber jetzt wissen wir ja, wie's mit den Jungen dann geht. Wir können ja mal kurz schauen. Ja, im Prinzip stimmt. Wollen wir eigentlich weitermachen? Im Prinzip? Wir sind eben nur bei 5 Minuten. Also, der Part geht noch. Oder sollen wir aufhören? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Blöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So Herbst gefällt mir so gar nicht vom Aussehen. Ja, ich glaube, man muss sich aber nur dran gewöhnen. Ich freue mich schon auf den Winter. Das wird, glaube ich, echt witzig. Im Winter denke ich mal auch. Das sieht cool aus, bestimmt. Ups. Ja, bock, bock. Beschissener, bock, bock. Aber irgendwie habe ich das doch mal... Achso, ich kann da nichts rausnehmen. Alles klar. Aber guck mal, das ist hier... Nein! Mein, mein, ähm... Was habe ich angepflanzt? Das ist kaputt. Also, das ist alles vergammelt jetzt, glaube ich, oder? Meist, glaube ich. Ne, die Blume hier, die ist nicht vergammelt. Die eine. Ich weiß nicht, ob es weiter wächst. Ich lasse einfach mal drin. So, jetzt auf jeden Fall. Wir können wieder Geschenke verteilen. Das ist wichtig. Jetzt erstmal zum Gunnar. Gunnar. Oh, wir haben noch eine Weintraube mit goldenen Sternen. Das können wir einfach verkaufen, oder? Wollen wir die goldenen Sachen generell einfach mal verkaufen? Was meinst du? Mit den goldenen Sternen dran, die Einzelteile. Achso, ja, es kommt doch an, was es ist. Also, Weizen haben wir eh. Ja, sowas können wir schon mal. Weintraube. Und Edelwicke. Oder willst du die verschenken? Ich weiß ja nicht, ob der Stern was Besonderes. Ich glaube, das hat keine Auswirkung. Ne. Gewürzbeere haben wir auch nochmal da. Da packe ich die mal alle weg jetzt. So, genau. Haben wir denn schon was für den Herbst? Ne, wir müssen ja jetzt eigentlich die sofort einkaufen. Alles, was geht, geht für den Herbst am besten. Ja. Ich bringe erstmal ein Fossil weg und eine Geode und dann gehe ich zum Saatladen. Boah, wie das aussieht, wie alles so orange. Brown. Mr. Brown. Und ich muss mal runtergehen, das Ding aus dem Wasser holen. Ach, richtig. Alleine, dass das schon weg ist, weil es jetzt auch Herbst ist. Ja, wobei, ich gehe ja eh da unten her, das kann ich auch checken, ob es geht. Boah, das sind Kürbisse. Nice. Kürbisse. Halloween, Halloween. Der Halloween-Trailer, wo ich mit drin bin, den gibt es noch. Auf YouTube. Ja. Was bist du denn für ein Vogel? Oh, hier ist direkt wieder so eine Traube. Ah, ne, Brombeere ist das jetzt. So, die ist nicht zu Hause. Jakobit habe ich. Nice. Wieder zwei Sachen zum Spenden. Super, aber die Short ist noch da. Oh, krass, bei Lea ist alles schon so Halloween-Style-mäßig. Ich glaube, ich mache mir die Lea klar. Wir müssen auch schauen, was für Feste sind. Ah, richtig. Ah, den Jakobit kann ich nicht mehr spenden. Ist das Lea hier? Lea, ja. Wie schnell sich die Jahreszeiten ändern. Was heißt denn das hier? Ach so. Oh, cool. Das zeigt direkt, wenn du im Charakter-Chat bist, zeigt es dir neben dem Profilbild an, wie viele Herzen du schon hast. Nice. Das ist so ein bewegender Punkt da. Da ist doch die Hayley. Genau, zeigt es zwei Herzen an. Es ist schon Herbst. Na, Logan. Also, warte mal. Oh, Penny hat morgen Geburtstag oder muss ich was vorbeibringen? Sternentautaler Volksfest und Geisternacht. Was ist das hier? Such noch jemanden, der mit Kupferärzt 25 bringt, damit ich die örtlichen Mineralien besser verstehe. Clint. Wie viel, was? Du kannst die Ärzte behalten. 25 Kupferärzte. Du kannst sie behalten, nachdem Clint sie begutachtet hat. Ach so, der will ihn nur untersuchen. Genau, das kannst du ruhig annehmen. Das ist easy. Haben wir 25? Kupfer, ja, definitiv. Ich glaube schon. Aber wo ist Clint? Das ist der Steinmetz gewesen. Oh, ich habe einen Pilz gefunden. Ein gewöhnlicher Pilz. Brauchen wir den noch? Guck mal nach. Oh, da musst du alles durchklicken hier. Das ist schon hart nervig irgendwie. Ja, das ist immer nervig. Äh, Handwerkskammer. Gut, obwohl, auch bei der Handwerkskammer musst du ja gucken. Nee. Doch, gewöhnlicher Pilz. Aber der ist hier gewachsen, weil der hat einen roten, äh, roten, einen gelben Stern dran. Ich würde den eher in die Kiste packen. Und wenn der hier gewachsen ist zum Pflücken, den finden wir ja definitiv nochmal. Oh, die macht Fotos, die Hayley. Was? Na ja, die ist Fotografin, so Hobby. Das ist natürlich eine coole Eigenschaft. Zu allen anderen, die sie so hat. Ich guck gerade, was ist das denn? Achso, da konnten wir ja nicht hin. Oh, ich hab die dumme Hütte gefunden. Dein Ernst? Die ist ganz unten. Okay. Die ist bei dem Zaubererturm ganz unten an dieser Landzunge. Hm, und was kommt da jetzt? Oder was passiert da jetzt? Nix. Gute alte Kappe für tausend. Eine alte Mütze mit geknicktem Schirm. Sie hat wohl eine Menge durchgemacht. Ja, toll. Das ist wie bei allen Sachen, ne? Wir wissen nicht, was das genau bringt. Und das ist eigentlich so eine Katze, die hier unten drin hockt in der Hütte. Das ist also die Hutmaus. Soll das eine Maus sein? Ja, das ist eher eine Katze, würde ich sagen. Also Kürbissaat kann ich kaufen. Maissaat. Alles was geht. Und dann, die Menge musst du natürlich nach dem Preis dann kalkulieren. Und dann musst du überlegen, wie viel Platz wir auch haben. Okay, Feld können wir ja noch anlegen. So, machen wir mal ein Foto von mir, Hayley. Yeah, Baby. So, ich habe doch gerade die Marni hier langlaufen sehen. Ist jetzt bei ihrem Hütchen. Ist gerade jemand reingegangen, auf jeden Fall. Nein, das war sie nicht. Doch, da steht sie. Yo, und? Danke dir. So, wie sieht es aus? Soziales Marni. Jawohl. Das ist voll. So, dann gehe ich mal zu deiner Reuse. Marco, Reuse. Oh, der übel. Ich habe jetzt ein bisschen was, Sam, aber wenigstens dein Geld ausgeben. Ja, das sehe ich. Oh, ihr Muschel. 250 hole ich mich gleich vom Clint. Ich muss erst vom Clint, sonst ist die Zeit vorbei. Bis nach 18 Uhr. Krabbenreuse. Jetzt habe ich die rausgenommen. Ah, du musst den Köder hineinlegen noch. Oh. Ah, Köder habe ich jetzt nicht. Da ist gar nichts drin, oder wie? Ich glaube nicht. Nö, ich habe nur die Reuse wieder rausgenommen. Was hältst du denn noch auf? Warte mal, Köder, kriege ich den nicht beim Angler drüben? Ja, den kriegst du auch. Ich glaube, ich glaube, Ich habe auch welche dabei. Ich gehe jetzt eh runter. Aber warte mal. Ah, nee, ist verschlossen jetzt. Warte mal, ich habe noch welche dabei, weil ich bei meiner Angel bin eh hier unten jetzt. Ich wollte zum Schmied, aber der ist jetzt... Ich brauche irgendeine Blume, wenn du irgendeine findest. Ja, da habe ich genug. Hier, warte. Ja, aber ich dachte vielleicht mal eine neue zum Diarieszeit. Warte, ich will erst mal hier. Ja, aber wo ist das? Hast du die Kiste hier, oder was? Nein, nein, nein. Muss mal stehen bleiben. Ja, und Blume, ich habe jetzt keine neue, sondern bloß irgendeine. Edelwicke halt. Aber solange die Edelwicke funktioniert, und die das gut findet... Ja, das muss ich bei der Penny schon mal funktioniert. Das musst du probieren, oder guckst in der Wiki nach halt, ne? Wenn du das aber nicht willst, musst du testen. Ja, hast du da die Köder reingetan? Oder wo hast du das gesehen, dass man... Steh dran. Achso. Geh mal weg hier, da steht anbieten. Geh mal weg da. Schließ den Weg. Achso, ich kann nur ein Köder. Achso, okay. Guck mal, der Angel drüben. Ja, hab den auch schon angequatscht. Ich will jetzt nach Hause noch die ganzen Sachen pflanzen, die ich gekauft habe. Manche wurden den dauernd 14 Tagen. Es gibt einen Dünger, der reduziert das allerdings um 10%. Das ist bei 14 Tagen, das ist ein Tag, das lohnt sich nicht. Und Schnellwachs heißt der, Schnellwachs. Dünger sorgt dafür, dass die Ware, die rauskommt, hochwertiger ist, also Wahrscheinlichkeit höher ist. Und dann gibt es noch so ein anderes Ding. Dann, wenn du das vorher bewässert hast, hält es am nächsten Tag auch noch die Bewässerung. Ja, genau, ja, das... Genau. Weil, musst du am dritten Tag, oder am zweiten Tag, musst du ja dann trotzdem wieder... Es sind aber so minimale Sachen, deswegen lohnt es sich echt nicht, Geld dafür auszugeben, momentan. Und dann ist ja auch die Frage, was hat dich denn jetzt bewässert und am Ende machst du eh wieder alle durch. Das geht ja auch schnell. Machen wir nochmal schnell hier so ein bisschen. Ja, ich würde mal, würde ich am nächsten Tag... Ach wo, nee, wir wollen ja noch mitnehmen, den Tag. Warte. Ja, warum ist ja erst 20 Uhr? Hacke! Das reicht, glaube ich schon. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Warte mal, ich mach das mal nach, ähm, nach Tagen, oder? Ja. So ein bisschen, warte mal, lass mir mal schauen. Jetzt muss ich kurz sortieren mein Inventar. Also das dauert 13 Tage, dauert 14 Tage. Okay, das dauert 14 Tage, die zwei. Warte, ja. Das dauert jeweils zwölf Tage. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ja, das dauert zehn Tage. Ich wollte extra so einen Abstand lassen, damit man immer sieht, was... Team Borg! Reicht, so viel brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob das bringt, aber ich denke, dann hat es über Nacht schon mal Wasser wieder. Dann kann ich jetzt noch dieses... Oh, genau. So, können wir schlafen. Äh, wie gesagt, warte, den Pilz wollte ich da reinpacken. Ja, kannst du das schon machen. So, wir haben da eines drin. Achso, dann müssen wir auch noch die... ...Güder anschauen. Ah ja, genau, machen wir dann auch alles. Wir lesen hier lange. digo ja... So, ihrcalled...